Bruder muss los. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Als erster Peter der Killer. Hi, Frit. Ah, das Level. Ach, da müssen wir ja mal wechseln. Nehmen wir mal ausnahmsweise Mario. Nehmen wir mal aus. Oops, nicht so nah. So, nicht so nah. So, nicht so nah. Ja, not flappy Mario, fat Mario. Fatty. Peter, ich finde es genial, dass du die Idee von Frit übernommen hast. Moment. 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 Das war's. Das war's. Das Level an sich gut, im zweiten Bereich die Sprünge wiederholen sich bloß. Wenn du dann noch ein bisschen unterschiedliche Sprünge einbauen würdest, wird es noch ein Tick schwieriger werden. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.